oh man liebe leute ja was ist denn da schon wieder los eigentlich wollte ich nur diese wunderschöne hotel aussicht hier genießen schaut einfach mal hier auf das wunderschöne werner schönen grus an alle österreichischen zuschauer hier ganz besonders heute ja und schönen danke auch an das jazz city für dieses tolle hotelzimmer und ich wollte einfach hier mit meinem sohn ein paar schöne tage verbringen noch mit ein paar freunden mich treffen und nach tirol fahren bisschen spaß haben dort aber nein ja ich musste ja heute morgen aufwachen und das erste was ich lese ist krieg krieg nochmals krieg in der ukraine und man guckt natürlich auch dann mal auf die börse und sieht der dax rasselt runter die indizes krachen noch unten und was ist denn da schon wieder los nun ja in diesem kurzen zehn minuten video werde ich heute einerseits einerseits mal so ein bisschen diese moralische komponente von krieg und kapitalismus und so weiter hier erörtern ist natürlich ein sehr emotionales thema das weiß ich auch aber sehr sehr häufig stellen sich auch menschen die moralische frage ist es überhaupt okay in so einer zeit jetzt zu investieren ich habe darauf eine ziemlich simple antwort da gehe ich als erstes darauf ein und dann im zweiten teil schaue ich mir einfach so an was werde ich denn jetzt selbst aktuell tun ok also ich war selber noch nie zum glück im krieg aber ich habe schon kriegsgebiete gesehen unter anderem war ich vier monate im kosovo im jahr 2006 und dort herstellt immer wieder über viele viele jahrhunderte auch kriegerische auseinandersetzungen und ich habe deswegen sehr eindeutig sehen können welche zerstörung krieg eigentlich hervorruft also es ist nicht nur unbedingt das haus was kaputt geht oder irgendwie das unternehmen was zerstört wird oder die infrastruktur sondern es sind ja echte menschen die sterben also nicht einfach nur irgendeine statistik irgendwo sondern es ist vielleicht dein vater ja der im krieg stirbt oder es sind noch schlimmer deine kinder ja die durch eine bombardierung beispielsweise umkommen und so und deswegen es gibt schon in den 70ern damals diesen spruch make love not war und ich sage immer make love make money and not war ja weil was ist denn wichtig langfristig für einen florierenden kapitalismus für florierende marktwirtschaft für kooperation und so weiter ich sage es schon das wichtigste ist kooperation das wichtigste ist vertrauen das wichtigste ist harmonie zwischen uns menschen und zwischen unternehmen aber auch vor allem zwischen den menschen untereinander ja weil im endeffekt sind unternehmen einfach nur irgendwelche dokumente die irgendwann mal beim notar unterzeichnet wurden ja das ist seit klar ich weiß unternehmen gelten als juristische personen aber ohne menschen sind unternehmen nichts gar nichts und auch ohne menschen würden auch diese immobilien hier ja innerhalb von kurzer zeit verfallen und nichts mehr wert sein das heißt eigentlich gibt es gar keine unternehmen wenn ihr so wollt sondern eigentlich gibt es nur menschen die diese unternehmen mit leben füllen ich will jetzt nicht zu philosophisch schon wieder werden gleich ja aber ich will damit nur sagen krieg ist definitiv nicht gut für kapitalismus und auch nicht gut für die börse wenn krieg gut für die kapitalismus und gut für die börse wäre dann würde ja der dax heute vier prozent im plus oder fünf prozent im plus stehen weil die ganzen investoren sagen würden boah mensch krieg ist ja richtig toll deswegen investieren wir jetzt mal weil dann werden unternehmen ja bestimmt alle mehr gewinne und so weiter machen aber nein genau das gegenteil ist der fall und deswegen verkaufen jetzt auch die meisten leute wie man ja gerade sieht und damit ist die frage eigentlich schon direkt beantwortet es gibt natürlich immer einzelne kleine teilbereiche rüstungsindustrie beispielsweise und einzelne unternehmen halliburton ist hier ein super beispiel dafür leider und dick cheney der damals unter george w bush der eigentliche wirkliche präsident war das ist keine verschwörungstheorie man muss sich einfach nur die fakten anschauen dick cheney war damals ceo von halliburton und er zu george bush live zu ihm gesagt pass auf kollege ich werde nicht diesen unwichtigen job des vizepräsidenten für dich annehmen und diesen tollen job als ceo aufgeben ohne wenn du mir halt gewisse zugeständnisse machst und diese gewissen zugeständnisse waren halt im endeffekt die übertragung der ganzen macht eigentlich an cheney und dann hat cheney halt viele aufträge der der regierung und so weiter an halliburton vergeben ja und sowas gibt es natürlich auch das ist korruption par excellence und das ist natürlich höchst im höchsten maße verwerflich aber nur weil es einzelne unternehmen und einzelne teilbereiche geben mag die von krieg profitieren ist es gesamtwirtschaftlich natürlich komplett schlecht für die menschheit weil eben nicht nur nicht nur das haus zerstört wird nicht nur die wirtschaft die infrastruktur und so weiter und die telekommunikation all diese ganzen sachen kaputt gehen und so sondern weil eben auch der menschliche esprit verloren geht im krieg und weil das menschliche vertrauen ineinander kaputt geht und in andere länder kaputt geht er einzelne gruppen kann der krieg auch zusammenbringen und zusammenhalten aber zu anderen ländern und zumindest zu den anderen kriegsparteien ist krieg definitiv nicht gut für eine florierende marktwirtschaft ja lasst euch das niemals irgendwie einreden und deswegen können wir auch davon überleiten ist es auch jetzt nicht moralisch verwerflich an der börse zu investieren ja wir sind jetzt keine gierigen investoren die irgendwie jetzt nach der schnellen rendite oder so irgendwie schielen oder so ja im gegenteil ich gucke mir meine ganzen depots an ich habe dieses firmen depot was ihr kennt ja ich habe aber daneben noch viele andere depots ich habe 45 verschiedene depots mittlerweile und auch andere vermögenswerte und wenn ich jetzt die letzten zwei monate nicht nur seit seit heute oder seit den letzten tagen wenn ich die letzten zwei monate betrachte habe ich verluste die die in die hunderttausende euros gehen ich profitiere gerade nicht von diesem krieg ich verliere davon ja aber les brown hat immer gesagt könnt ihr bei youtube mal eingeben les brown l es und dann brown hat immer gesagt the difference between eyesight and mind sight eyesight is what we see ist das was wir gerade jetzt sehen hysterie krieg bedrohung mord propaganda das erste was im krieg verloren geht ist die wahrheit ja und mindset ist es was wir uns vorstellen können was danach wieder entstehen kann okay aber die börsenhysterie zeigt es auch dass durch die kriegerischen auseinandersetzungen sogar durch den zweiten weltkrieg hindurch dann irgendwann wieder die marktwirtschaft und die welt sich erholt hat und das ist auch die einzige möglichkeit wie man sich erholen kann durch kooperation und durch eben wieder mehr unternehmertum durch mehr kooperation durch mehr vertrauen dass dieses vertrauen wieder entsteht ja das kann im krieg nicht entstehen da entsteht nur misstrauen okay und deswegen ist es jetzt sogar wichtig zu investieren und ein statement zu machen und zu sagen ich lasse mir nicht von irgendwelchen terroranschlägen vorschreiben wann ich zu investieren habe ich lasse mir auch nicht von verrückten machthabern vorschreiben die irgendwelche irgendwelchen alten sowjet fantasien ja hinterher nostalgieren irgendwie vorschreiben wann ich aktien zu kaufen habe sondern ich kaufe jetzt um langfristig zu denken und mir vorstellen zu können was wieder langfristig passieren kann welche aktien sind das denn ja alle eigentlich alle guckt euch einfach eure watchlisten an bei mir ist das natürlich ganz kleine tesla die fällt dies gestern auch schon gefallen wegen sec wieder und elon musk und so das ist so kurzfristig alles tesla wird langfristig weiter wachsen natürlich könnte auch tesla jetzt durch diese auseinandersetzung wenn der krieg sogar noch sich weiter ausbreitet und so natürlich kriegen dann unternehmen durch supply chain probleme vielleicht oder politische spannungen irgendwelche risiken und es kann auch mal ein paar quartale weniger wachstum geben ja und dann fallen die aktien eben ein bisschen aber was kann man sich langfristig wieder vorstellen wenn diese probleme wieder beiseite geschafft werden ja und wenn man in diesen monaten manchmal sogar jahren der bess und des bären marktes die stückzahlen nach und nach erhöht die man kauft ja damals der aristoteles jonas ist aus den aus griechenland ja dem man natürlich auch so das ein oder andere an un moralische sachen nach sagen kann wenn man lange genug sucht ja aber der hat auch damals in der krise viele redereien und viele schiffe gekauft und die sind dann später viel wertvoller geworden ja das heißt die vorstellungskraft die sollte man jetzt besitzen und wenn man jetzt immer noch sagt kaufen wenn die kanonen donnern aber nicht jetzt weil ausgerechnet dieses mal ist alles anders ich weiß ja nicht also immer in der theorie der beste sein und dann in der praxis den schwanz einziehen wenn es halt mal wirklich gute kurse gibt zum kaufen keine ahnung also ich ich kaufe definitiv jetzt aktien tesla ist die erste die ich sofort jetzt nachkaufe es gibt auch andere in depot die ich leider nicht genug geld habe jetzt zu investieren weil überall ja meine vermögenswerte gerade weniger wert sind und ich sage es euch immer ganz ehrlich frei heraus leute ja man braucht ihr nicht den dicken macker machen immer nur wenn es gut läuft und sagen auf easy rendite und ich bin der tollste und beste hecht und sobald die verluste da sind zieht man den schwanz ein und fängt an so richtig rum zu mimien und löscht seine videos und all diesen ganzen quatsch ja verluste gehören dazu und da bleibe ich einfach langfristig bei was ich nicht mache ist dass ich alles auf einmal investiere sondern dass ich halt einfach die erste tranche jetzt investiere und wenn es noch weiter runter gehen soll weil das wissen wir nicht auch im corona crash haben viele leute gesagt als ich so ein ähnliches video hochgeladen habe das ist viel zu früh es kann es kann noch viel weiter runter gehen ja kann es kann es auch jetzt natürlich noch aber es kann sich auch sehr schnell dann wieder erholen ja weil sehr häufig auch wenn eine kriegerische auseinandersetzung noch andauern mag kann trotzdem die börse schon zwischendurch sich wieder verbessern das hat man im zweiten weltkrieg beispielsweise auch gesehen ja und von daher ist es immer gar nicht so schwer perfekt abzuteilen und muss man auch nicht aber wenn die nächste verlustwelle kommt dann werde ich potenziell sogar die ersten reserven anfangen locker zu machen zum beispiel aus pondora go and grow oder aus anderen quellen eben reserven an rauszunehmen und eben an die börse noch zu investieren weil ich eben nicht in den aktuellen kursen denke sondern in den stückzahlen der ganzen aktien anteile an unternehmen die dann wieder im frieden auch profitieren und florieren werden ja das ist mein vorgehen kein hokus pokus keine irgendwie abgefahrenen charttheorien und keine keine irgendwie hundertseitige wissenschaftliche analyse sondern einfach nur die die vorgabe eines normalen privatanlegers der das macht was er halt eben kann ja nämlich die vermutungen machen abschätzungen zu treffen und dann einfach nach bestem gewissen zu investieren und was langfristig herauskommt ist dass man immer wieder sieht das habe ich in allen korrekturen die ich bisher seit 2009 mitgemacht habe immer wieder gesehen ist dass ich temporär massiv in verlust kommen kann dass ich wenn ich aber da weiter einfach drin bleibe und weiter nach kaufe danach wieder die nächsten hochs kommen ja und dann können wir uns wieder zu posten ja okay das war's also wer jetzt nicht investiert ist selber schuld ist natürlich nur meine persönliche meinung keine allgemeine empfehlung aber ich weiß auf jeden fall wenn du aktien kaufen möchtest und noch kein depot hast kannst du gerne mal hier unten beim smart broker vorbeischauen oder auch bei anderen depots die ich unten dir gerne verlinke denn das brauchst du natürlich immer wenn du aktien kaufen möchtest ja und ansonsten bleibt mir nichts anderes zu sagen als dass wenigstens das wetter schön ist hier in wien und das wenigstens hier gerade kein krieg ist und ich ja ich denke mit mit wirklich trauer an unschuldige menschen die einfach wegen solchen verrückten leuten sterben müssen ja ich bin ich bin der erste mensch der für einen wirklich guten sinn für einen guten zweck tatsächlich sofort mich als reservist wieder zur bundeswehr rufen lassen würde und 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 deutschland verteidigen würde mit allem was ich habe ja mit mal mit allem was ich habe denn wenn irgendwie deutschland angegriffen wird unnötigerweise durch durch sowas wie jetzt ja aber die situation jetzt irgendwie zu verstehen und irgendwie und irgendwie dazu überlegen das ist schon absurd muss man fast sagen weil weil im endeffekt ist es nur sind es nur so einige wenige verrückte die die ihre macht nicht mehr unter kontrolle haben wo es keine checks and balances einfach mehr gibt die das einfach kann man sagen house of cards aus dem play buch ja du hast innenpolitisch nicht mehr viel erreicht dein land geht sozusagen floriert nicht wirklich und dann musst du halt ablenken und die eigene bevölkerung will es eigentlich noch nicht mal größtenteils ja also ist einfach nur ein witz wenn nämlich fragt ja okay aber egal ich will jetzt nicht zu viel rumlabern ich wollte das video kurz halten jetzt ist schon bei 13 minuten deswegen das war's für mich heute wir sehen uns ciao ciao